Das hier ist mein Bauer, wie er jeden Tag aufsteht. Und das bin ich, Asterix. Und ich zeige euch heute, was auf unserem Hof in Österreich so passiert. Komm Asterix, du spielst heute Kameramann. Und jetzt starten wir in den Tag, was da so alles passiert, aufregend, aufregend. Tolles Frühstück, alle sind am Tisch beieinander. Mahlzeitbauer, hm, ist das gut. Und jetzt geht's los. Alle, hopp. Natürlich brauchen wir auch unsere Rinder frisches Futter. Und dazu geht's ab aufs Feld. Manchmal braucht es dazu auch harte Handarbeit. Und ich lausche den Klängen der Natur. Das Futter kommt direkt in den Stall. Auch Opa Engelbert hilft mir. Und Cindy, der Kuh, schmeckt es ganz besonders. Auch dem kleinen Boris schmeckt die frische Milch so gut wie mir. Nach getaner Stallarbeit geht's raus aufs Feld. Und hier mischen sich die Klängen der Natur für kurze Zeit mit den Geräuschen unserer Maschinen an. Auf, auf, schnell raub den Mähdrescher. Denn da ist es so richtig schön kühl. Und ich mach das noch mal. Wo. Und ich mach das super kühl und das kam. Und ich mach das noch mal. Nach der harten Feldarbeit habe ich mir jetzt wirklich eine Pause verdient. Ich kann nur träumen, was jetzt der Bauer so treibt. Von der wichtigen Büroarbeit bis zur Party mit Freunden ist sicher alles dabei. Das war ein Tag. Gute Nacht alle mitsammen.